Wie konnte Lucius Malfoy zweimal aus Azkaban entkommen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Hat sich schon einmal jemand gefragt, was es mit Lucius Malfoy eigentlich auf sich hat? Wie konnte er beide Male ungeschworen davon kommen, als er erwischt wurde, obwohl er als Todesser an beiden Zaubererkriegen beteiligt war und schreckliche Verbrechen begangen hat? Was war es, das Lucius so anders machte als die anderen Todesser? Und gab es überhaupt Konsequenzen für ihn, trotz der vielen Todesser, die sich der Gefangennahme entzogen hatten? Das ist genau das, was ich in meinem heutigen Video besprechen möchte. Es geht natürlich um Lucius Malfoy. Dieser Mann, der immer zu denken scheint, dass er über dem Gesetz steht. Vor allem, wenn es ihm oder seiner Familie Macht oder einen klaren Vorteil verschafft. Die Malfoys haben schon immer ihren Reichtum, ihr Prestige und ihren Einfluss genutzt, um sich an der Regierung zu beteiligen. Sein Vater und sein Großvater vor ihm taten genau dasselbe, obwohl sie nicht so aktiv waren wie Lucius selber. Die Ideologie der reinen Blutvorherrschaft wurde ihm schon früh eingetrichtert. Und daher ist es auch keine Überraschung, dass er sich so verhält. Lucius wurde einer der frühesten bekannten Todesser. Während seiner Schulzeit hatte Tom Riddle eine Gruppe namens die Ritter von Valpurgis gegründet. Aber sie waren nicht seine offizielle Gruppe von Anhängern. Lucius stieg schnell in den Reihen von Voldemort auf. Nicht, dass er viel dafür tun musste. Denn sein Name, Malfoy, war bereits einflussreich genug für Voldemort. Als der erste Zaubererkrieg tobte und der Orden des Phönix bereits am Ende war, glaubte Lucius, dass Voldemort tot sei. Und er versuchte im Alleingang die Kontrolle über die Todesserarmee zu übernehmen und seine eigene Herausforderung zur Vorherrschaft anzunehmen. Er wurde nicht nur gefangen genommen, weil er ein Todesser war, sondern trieb auch aktiv Voldemorts Agenda voran. Das Problem war, dass viele Todesser geflohen waren und diejenigen, die übrig blieben, nicht bereit waren, Lösungen zu finden, sondern sich einfach aus dem Staub machten. Malfoy wurde gefangen genommen, weil er ein Todesser war. Und es war höchstwahrscheinlich, dass er versuchte, die Arbeit seines Meisters laut Voldemort fortzusetzen. Er wusste, dass der einzige Weg für ihn, ohne Strafe davonzukommen, darin bestand, zu behaupten, er habe keinerlei Ahnung, was er tat. Und er sei nicht der Einzige, der so etwas behauptet. Viele Hexen und Zauberer behaupteten, unter dem Einfluss des Imperiusfluches gestanden zu haben. Und Malfoy war einer von ihnen. Er schaffte es irgendwie, die Abteilung für magische Strafverfolgung davon zu überzeugen, dass er jede Tat, derer er beschuldigt wurde, gegen seinen eigenen freien Willen begangen hatte. Lucius war nämlich extrem clever. Er hätte ironische Argumente verwendet, um seine Position zu stärken. Wie zum Beispiel die Frage, welchen Sinn es habe, Magie zu praktizieren, wenn man diejenigen nicht schützen könne, die unter ihrem negativen Einfluss stehen. Er hätte auch darauf hingewiesen, wie falsch es sei, einem Zauberer die Freiheit zu nehmen, weil er dem Imperiusfluch zum Opfer gefallen sei. Er hätte höchstwahrscheinlich auch erklärt, dass seine Familie seit Jahrhunderten die zaubernde Welt positiv beeinflusst habe und immer die besten Absichten für die Zukunft der Zauberer gehabt habe. Wenn man das alles zusammenzählt, ergibt das eigentlich ein ziemlich überzeugendes Argument. Und ich denke, viele von uns können sehen, warum Lucius freikam. Aber hier ist die Frage, die ich stellen würde, wenn ich bei seinem nächsten Prozess dabei wäre. Lucius war Voldemorts Stellvertreter, seine Nummer 2. Er war verantwortlich für seine Truppen. Warum sollte der Dunkle Lord seine Loyalität erzwingen und ihn dann in eine so wichtige Position packen? Das ergibt eigentlich nicht viel Sinn. Aber ich bezweifle, dass irgendjemand eine solche Frage stellen würde. Lucius hat sich ebenfalls öffentlich von Voldemort distanziert. Er hat vehement alles, wofür der Dunkle Lord stand, abgelehnt und sich gegen ihn ausgesprochen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er wirklich hypnotisiert war, um Voldemorts Arbeit zu erledigen. Immerhin dachte Lucius, dass seine größte Gefahr jetzt das Ministerium wäre und nicht mehr Lord Voldemort, da er glaubte, er sei tot. Dennoch kam Lucius vollkommen frei und hat die Situation sogar umgedreht, indem er sich mehr die Regierungsgeschäfte anguckte und sich einbrachte und schließlich dem Hogwarts-Rat beitrat, um auch Einfluss auf das Schulgeschehen zu haben. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass er ziemlich verbittert war, dass seine ursprünglichen Ambitionen nicht zum Tragen kamen, aber er nutzte trotzdem sein Reichtum und seinen Familienprestige, um zumindest jetzt noch etwas Macht zu haben. Das erste Mal war anders. Beim zweiten Mal konnte Lucius nicht viel dagegen tun. Er übernahm die Verantwortung für die Mission, die Prophezeiung zurückzuholen und er versagte. Als er einen Todesserangriff anführte, wurde er auf frischer Tat ertappt. Diesmal würde keine Lüge oder Schauspielerei funktionieren. Er wurde sofort in Asgaban eingesperrt. Sein Bild wurde im Tagespropheten veröffentlicht und er wäre lebenslang dort gewesen, wenn Severus Snape nicht interveniert hätte. Snape überzeugte Voldemort, Lucius zu retten und die beiden waren über die Jahre hinweg auch gute Freunde. Lucius war ein gesuchter Krimineller. Jeder kannte ihn. Voldemort war am Gewinn und fast jeder hatte Angst vor ihm. Niemand wagte es, Lucius wieder einzufangen. Als die Todesser begannen sich zu zerstreuen nach der Schlacht von Hogwarts und währenddessen entkam Lucius der Bestrafung wieder einmal. Lucius, Draco und Narcissa haben etwas getan, was ihnen ein wenig Ehre einbrachte. Sie wechselten die Seiten und verließen die Schlacht von Hogwarts, bevor es völlig eskalierte. Sie gaben den Dunklen Lord und seine Versuche, die Schule zu überrennen, auf. Narcissa hat Harry sehr geholfen, indem sie dem Dunklen Lord sagte, der Junge sei tot, obwohl sie leicht aufgeben hätte können. Ihre Handlungen zeigen, dass sie selbst Voldemorts Niederlage herbeigesehnt hatte. Lucius war jedoch in seinen letzten Jahren immer noch lautstark über die Reinheit des Blutes, aber nicht mehr so wie einst. Nach Voldemorts Niederlage zog sich die Familie Malfoy weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Obwohl Lucius für seine Verbrechen im Dienste des Dunklen Lords nie zur Rechenschaft gezogen wurde, blieb der Makel seiner Vergangenheit haften. Die Familie bemühte sich, die Schäden der Vergangenheit zu reparieren, aber der Weg zur Wiedergutmachung war steinig und voller Misstrauen. Draco, einst ein stolzer Anhänger der Ideale seines Vaters, zeigte zunehmend Reue und den Wunsch, sich von den dunklen Zeiten zu distanzieren. Er heiratete eine Hexe namens Astoria Greengrass, die ebenfalls nicht von den reinen Blutlinien besessen war. Zusammen hatten sie einen Sohn, Scorpius Malfoy, dem sie versuchten, eine bessere und vorurteilsfreie Erziehung zu bieten. Narcissa blieb eine starke Stütze für ihre Familie. Sie bemühte sich, ihren Ruf zu verbessern und ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu definieren. Ihre Handlung, Harry zu retten, wurde von vielen als ein Zeichen dafür gesehen, dass selbst diejenigen, die einst auf der falschen Seite standen, zur Erkenntnis und zur Veränderung fähig waren. Also, das ist mein Video darüber, wie Lucius Malfoy es geschafft hat, beide Male der Bestrafung zu entgegen. Meine Frage an euch lautet heute, meint ihr, er hätte bestraft werden sollen? Oder denkt ihr, es war geschickt von ihm und Geschicklichkeit soll ein bisschen belohnt werden? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.